Prolog. Cameron. Zuvor in Cincinnati, Ohio. Wie schwer kann es eigentlich sein, ein Tablett durch den überfüllten Saal einer Luxusvilla zu manövrieren? 15. Das entspricht der exakten Anzahl von Gläsern, die sich auf dem weiß lackierten, runden Monstrum, das ich auf meiner Handfläche balanciere, befinden. 15. Jedes Mal, wenn ich jemandem ausweichen muss, wackeln sie verdächtig und treiben mir die Schweißperlen auf die Stirn. Mein Blick wandert zu der Uhr an der Wand oberhalb der Schwingtür, die in die Küche führt. Noch zwei Stunden, dann kann ich endlich nach Hause fahren. Es ist nicht so, dass mir der Job keinen Spaß macht. Überraschenderweise tut er das, aber ich bin bereits seit 16 Stunden auf den Beinen und inzwischen fühlen sie sich bleischwer an. In der Küche herrscht reges Treiben, als ich sie betrete, und doch fällt mir der Typ sofort auf, der hier nichts zu suchen hat. Er unterhält sich mit einer der Kellnerinnen, die amüsiert kichert, als er sich eine ihrer Haarsträhnen um den Zeigefinger wickelt. Genervt verdrehe ich die Augen. Hoffentlich ist sie nicht so naiv zu glauben, der Lackaffe macht sie zu einer High-Society-Prinzessin. Darf ich mal vorbei? Frage ich schroff, weil die beiden den Zugang zum Shampoos-Nachschub blockieren. Als der Kerl in meine Richtung sieht und damit den Blick auf sein Gesicht freigibt, stutze ich einen Moment. Er grinst, während ich mehr als irritiert bin. Vor mir steht eine aufgemutzte Version meiner selbst. Als hielte man mir einen Spiegel vor, der zeigt, wie es wäre, auf der anderen Seite der Gesellschaft zu stehen. Was zur Hölle? Hey! So wie er mich mustert, ist ihm dieses Detail ebenfalls nicht entgangen. Die Blondine schnauft verächtlich, als er ihr seine Aufmerksamkeit entzieht und diese ausschließlich mir widmet. Für einen Augenblick starre ich ihn fassungslos an, weil mein Gehirn nicht dazu in der Lage ist, zu realisieren, was hier gerade passiert. Ich bin Jasper. Und du bist? Nicht an einem Gespräch interessiert. Antworte ich, als die Rädchen in meinem Kopf sich endlich wieder drehen und ich versuche, mich möglichst unbeeindruckt zu zeigen. Jasper. Der Name klingt schon nach massenhaft Geld und sein britischer Akzent wirkt überzogen. So als würde er seine Persönlichkeit damit aufwerten wollen. Sein Blick wandert zu dem Metallschild, das man an meine Brust geheftet hat. Mist. Cameron, liest er ab. Ich wünschte, mich würde diese Begegnung nur halb so amüsieren wie ihn. Im Augenblick macht sie mich nervös und ich weiß absolut nicht, warum. Außerdem bin ich müde. Unglaublich müde. Ausgelaugt. Nimm mal die Brille ab. Fordert er und streckt ernsthaft die Finger nach mir aus, um die Sache selbst zu übernehmen. Bevor er mir zu nahe kommt, schlage ich seine Hand weg. Ich muss arbeiten, presse ich hervor und gerate ins Straucheln, als er mir den Weg abschneidet. Lass den Scheiß, fahre ich ihn an und schiebe ihn grob zur Seite. Jeder auf dieser Welt hat mindestens einen Doppelgänger. Dazu gibt es unzählige Statistiken. Allerdings hätte ich nie damit gerechnet, dass meiner mal leibhaftig vor mir stehen und mich blöd angrinsen würde. Jetzt warte doch mal, ruft er mir nach, während ich durch die Schwingtür zurück zur Party gehe. Verdammt, ich habe den Shampoos vergessen. Das Rich-Kid tritt neben mich und trägt etwas unbeholfen ein volles Tablett vor sich her. Wortlos nehme ich es ihm ab. Okay, Cam, sehen wir der Tatsache ins Auge. Du siehst aus wie ich. Zugegeben, du bist die weniger gutaussehende Variante. Deine dunklen Augenringe machen jedem Panda Konkurrenz, aber es ist wirklich erstaunlich, wie ähnlich du mir siehst, als wärst du mein verlorener Zwilling. Wurdest du eventuell adoptiert? Hat er mich gerade ernsthaft Cam genannt? In meinem Leben gibt es genau drei Menschen, die mich so nennen dürfen. Er gehört ganz klar nicht dazu. Ich umklammere das Tablett fester, um es ihm nicht versehentlich in seine überteuerte Visage zu schleudern. Ja, wirklich erstaunlich, wenn man bedenkt, dass jeder Mensch ungefähr sieben Doppelgänger besitzt, antworte ich möglichst unbeeindruckt. Keine Ahnung, warum er mich so in Rage versetzt. Es ist einfach so. Im Grunde hat er mir nichts getan, was mein Verhalten ihm gegenüber rechtfertigen würde. Allerdings neige ich dazu, in unangenehmen Situationen eine Abwehrhaltung einzunehmen oder das weiterzusuchen, um mich ihnen nicht stellen zu müssen. Nicht unbedingt meine beste Eigenschaft, aber ich arbeite daran. Irgendwie jedenfalls. In der Tat, aber wie wahrscheinlich ist es, einem davon zu begegnen? Ich würde sagen, das Schicksal spielt mir in die Hände. Du könntest mir nützlich sein. Hört er sich eigentlich selbst zu? Nützlich? Was bin ich, ein Haushaltsgerät? Mit dem Tablett in der Hand schlängle ich mich durch die Gäste. Wie ein Schoßhündchen dackelt Jasper mir hinterher, während er unaufhörlich auf mich einredet. Was zahlen sie dir hier? Echt jetzt? Als ob ich ihm das auf die Nase binde. Ich kenne den Typen nicht mal. Genervt drehe ich mich zu ihm um und ziehe eine Augenbraue hoch. Eine Geste, die ihm mitteilt, halt endlich die Klappe, du gehst mir auf den Keks. 15 bis 20 Dollar die Stunde? Das ist ein Witz. Der Champagner, den du servierst, kostet das Fünffache. Der leicht bissige Unterton in seiner Stimme macht mich neugierig. Jetzt nehme ich mir doch einen Moment und mustere ihn genauer. Sein Smoking wirkt um einiges lässiger als die der anderen männlichen Gäste. Die dunklen Haare sehen auch eher so aus, als hätte er wenig Zeit in das Styling investiert. Seine braunen Augen mustern mich mindestens genauso intensiv wie meine blauen ihn. Immerhin etwas, das uns offensichtlich voneinander unterscheidet. Ich brauche das Geld. Es wäre also nett, wenn du mich einfach meinen Job erledigen lassen und jemand anderem auf die Nerven gehen würdest, antworte ich, drehe mich um und stoße mit einem Partygast zusammen. Völlig übermüdet und viel zu hastig versuche ich, das Tablett auszubalancieren. Das ist der Moment, in dem ich das Gleichgewicht verliere. Rückwärts taumelnd durchbreche ich die Absperrung und stürze in die Pyramide aus gefüllten Champagnergläsern, die auf einem flachen Podest aufgestellt wurde. All das passiert so schnell, dass ich nicht einmal aufschreie, als sich gesplittertes Glas in meine Handflächen bohrt. Shit! Vorsichtig entferne ich die groben Glasschaben und wische anschließend das Blut an der Hose ab. Dann werfe ich einen Blick auf das Chaos. Doppelshit. Kleine Champagnerbäche suchen sich ihren Weg über den Marmorboden. Einige Gäste tupfen mit Servietten auf ihrer Designerkleidung herum, um größeren Schaden zu verhindern. Kofferb дома in beiden Sachen, laschen ihr Öffn?